Ich habe die Freude jetzt einen besonderen Augenblick anzumoderieren und zwar ist diese Tagungsreihe von uns allen gestemmt und entwickelt und vorangetrieben worden, aber es gibt eine Person, die im letzten Jahr etwa da gesessen ist, schon sichtlich gezeichnet war von einer schweren Krankheit, unser lieber Freund und Ihr Kollege auch an der Universität, Jürgen Schneider. Und wir haben Jürgen Schneider in vieler Hinsicht persönlich viel zu verdanken, auch die Friedensbewegung und viele, viele in der Universität haben ihn viel zu verdanken, auch die VdW in besonderer Weise, aber auch für die Tagung, deswegen erlauben wir uns das bisher ein ganz wesentlicher Promoter gewesen von Anfang an, hat mit Ulrike Beisigl die Sache hier in der Hochschule, in der Universität etabliert, hat mit uns die Brücken geschlagen, wir haben viele Gespräche geführt, auch hier in Göttingen. Und wir wollten gerne diesen Tag mit einer Erinnerung an Jürgen Schneider beginnen und Rainer Braun, unser früherer Geschäftsführer und Geschäftsführer Iallana, langjähriger Weggefährte auch von Jürgen Schneider, wird jetzt diesen Part übernehmen. Rainer, ich danke dir. Applaus Ihr liebe Kolleginnen und Kollegen, Jürgen Schneider wurde am 28.08.1938 geboren, er verstarb am 16. März 2015. Er war von 1976 bis zu seiner Pensionierung Hochschullehrer am Institut für Geologie, Pathologie der Universität Göttingen. Mit Ausdauer, Intensität, mit Leidenschaft und vielfältigem Engagement setzte er sich für den Frieden, den Erhalt der Umwelt und die globale Abrüstung ein. Er betonte immer wieder die besondere Verantwortung für die großen Herausforderungen der Menschheit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl als Staatsbürger wie auch aus ihrer professionellen Kompetenz als Wissenschaftler haben. Und damit meint er besonders den Erhalt einer lebenswerten Umwelt und einer Welt ohne Krieg und Atomwaffen. Auf der damals einmaligen Konferenz am 7. und 8. Juli 1984 in Göttingen, Verantwortung für den Frieden, Naturwissenschaftler warnen vor der Militarisierung des Weltraums, hatte seinen Vortrag das für ihn bezeichnende Thema. Naturwissenschaftler haben die Pflicht zu warnen. Erinnern wir uns einen Moment an die Zeit des Sommers 1984. Hochrüstung und Konfrontation, neue Atomwaffen in Ost und West und dann angekündigt die Rede des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten Ronald Reagan, auch noch Waffen im Weltraum. Jürgen stürzte sich in die Vorbereitung dieses Friedenskongresses, wie später oft wieder, aber dieses Mal an seiner eigenen Universität und deswegen auch mit besonderem Engagement. In seiner Rede zur Eröffnung formulierte er es so, Zitat, dass Naturwissenschaftler vor gefährlichen Entwicklungen warnen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie sich verpflichtet fühlen, sich den Luxus des Gewissens zu leisten, hat eine gute Tradition. Und er verwies dann, und da ganz Göttinger, darauf, dass die Göttinger 18 mit ihrer Erklärung von 1957 eine besondere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erregt haben. Und das für Friedensbeweg beeinflusste eine ganze Generation von engagierten Wissenschaftlern, die Mainzer Appell von 1983 folgten, ihn zeichneten und in seinem Sinne wirkten einen Appell, den Jürgen Schneider maßgeblich mitentwickelt und geschrieben hat. Aus beiden Appellen und seinem Engagement zog er in den Schluss, der, und ich sage leider immer noch und angesichts der Modernisierung der Atomwaffen erst recht gilt, nach dem Atomkrieg ist alles zu spät. Schlussfolgernd aus diesen grundsätzlichen Friedensüberzeugungen formulierte Jürgen Schneider in seiner Göttinger Rede, und ich würde sagen, abgewandelt hat er diese sicher hunderte Male immer wieder auf seinen vielen Vorträgen in Universitäten, Schulen, bei Bürgerinnen und Bürgern, auf Veranstaltungen, Kirchengemeinden und auf Demonstrationen vorgetragen. Vielleicht sein Grunddiktus, Zitat, Wertfreiheit ist eine Fiktion, auch Schweigen ist eine Stellungnahme. Und er fasste dann seine Gedanken zur Verantwortung zusammen mit einem Satz, der Molière, Schopenhauer und Bloch und auch Jürgen Schneider zugeschoben werden kann und ihn prägte, Zitat, Sie, die Wissenschaftler, sind nicht nur verantwortlich für das, was sie tun, sondern auch für das, was sie widerspruchslos hinnehmen. Dieser Satz ist wirklich der Satz seines Lebens, seines Wirkens und Engagement und er bringt zum Besten, zum Ausdruck auch die hohe moralische Autorität, mit der Jürgen Schneider wirkte. Hochaktuell ist diese Autorität sicher auch angesichts der Kriege auf dieser Welt, der Gefahren einer Klimakatastrophe und der Flüchtlingsentwicklung. Stellen sich in diesem doch fast in dialektischer Verknüpfung historisch zu bezeichnende Herausforderungen. Dieses Engagement und die Kraft, es ging, viele Widerstände, übrigens auch an der Universität, ein Leben lang durchzuhalten, darin lag sicher der große moralische Impetus von Jürgens Leben und Wirken. In seiner Göttinger Rede 1984 drückte er erst folgendermaßen aus. Die Zerstörung der natürlichen, der sozialen Umwelt schreitet erschreckend fort. 40.000 Kinder starben täglich an Hunger, das heißt alle drei Tage ein Hiroshima für die Kinder dieser Erde. 130.000 Menschen insgesamt verhungern jeden Tag, das heißt jeden Tag ein Hiroshima. Zugleich sind im Jahre 1983 2,8 Billionen Mark für Militär und Rüstung ausgegeben worden. Alle zwei Stunden waren es 630 Millionen. 5 bis 10 Prozent aller Rohstoffe werden dem Militär geopfert, die Tendenz steigt Schwindelerrie. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir dem Militär in wenigen Jahrzehnten so viel an natürlichen Rohstoffen überlassen, wie derzeit auf der ganzen Erde produziert wird. Wovon sollen dann unsere Kinder leben? Zitat Ende. Aus aktuellen Gründen erlauben Sie mir folgende Hinzufügung. SIPRI, das schwedische Friedensforschungsinstitut, nennt die Ausgaben für Rüstungsforschung 2014 auf 1,75 Billionen Dollar-Euro-Franken. Wer Krieg sät, wird Flüchtlinge ernten. Beschreibt sicher im Sinne von Jürgen Schneider den Wahnsinn der Entwicklung, den wir nach dem 11. September 2001 erleben mussten. Und die von Jürgen so ersehnte Nachhaltigkeit von Produktion und Konsumtion ist noch lange nicht Realität. Die ist oftmals ein Propagandamonster und die Wachstumsrhetorik und Euphorie feiert neue Triumphe auf Kosten des kleinen blauen Planeten. Jürgens Verständnis von Verantwortung war aber kein nur analytisch-wissenschaftliches, sondern er wollte dazu beitragen, dass, Zitat, die Welt täglich ein wenig besser wird. Deswegen griff er in seiner Rede in Göttingen 1984 einen Gedanken von Linus Pauling, vielleicht der Wissenschaftlerkollege, den er neben Albert Einstein am meisten schätzte und den er bei einem Kongress in seinem Haus persönlich begrüßen konnte und dessen Grundgedanke er immer wieder formulierte. Dieser Grundgedanke von Linus Pauling, abgewandelt immer wieder bei Jürgen Schneider, lautet, Zitat, Zitat, keiner darf denken, dass die eigene individuelle Anstrengung vergebens sein wird. So beendete Jürgen Schneider seine Ausführung 1984 in der Göttinger Universität mit dem folgenden Satz, wenn wir in gemeinsamer Anstrengung immer mehr werden, die Verantwortung, Engagement und Handeln umsetzen, dann können wir etwas erreichen, dann werden wir etwas bewegen. Dieser, angesichts der Mauern, an denen wir uns oft so blutig reiben, so notwendige Ermutigung möchte ich heute nur hinzufügen. Er, Jürgen Schneider, hätte sich sicher über unser Engagement für die Flüchtlinge und diesen Kongress zur Frieden und Migration mehr als gefreut, hätte ihn aktiv mit Vorbereitung und würde jetzt hier unter uns sitzen. Lieber Jürgen, wir werden in deinem Sinne weiterwirken für den Frieden, den Erhalt der Umwelt und die Menschlichkeit. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.